Hallo, herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute stelle ich euch ein Rätsel. Wir suchen ein Tier. Dieses Tier lebt im Wald und ist ganz gross. Es hat ein warmes Fell, lange, spitzige Krallen. Schauen wir mal, ob wir das Tier sehen. Nein, 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 das böse Tier, das meine ich nicht. Ich gebe euch einen zweiten Tipp. Dieses grosse Tier hat noch kleine, süsse Verwandten und und die habe ich zum Fressen gern. Tschüss. Wisst ihr, was ich meine?